Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Randomizer von Twilight Princess. Es geht wieder weiter. Wir sind hier in der Wüstenburg und mit unserer freudigen Musik hoffen wir mal, dass wir in dieser Folge was Schönes finden. So, es geht erstmal weiter. Diesen Bereich sollten wir glaube ich jetzt noch gar nicht erforscht haben, richtig? Warte mal, ich bin gerade in die falsche Richtung gegangen, kann das sein? Ja, 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 ja. Wir sind schon rüber gesprungen im letzten Part. Geil. Na, das fängt ja gut an. Erstmal komplette Verwirrung hier. Gut, diesen Bereich hier sollten wir noch nicht erforscht haben. Also wir waren hier glaube ich schon mal, aber halt noch nicht hier oben. Genau, wir können jetzt hier glaube ich auch einen Shortcut machen. Wenn ich jetzt hier runter springe, kann ich diesen Stein hier verschieben. Und dann haben wir erstmal einen Shortcut glaube ich. Genau, jetzt können wir nämlich jederzeit hier hoch. Und können auch hier quasi immer wieder zurückgehen und abkürzen. Das ist schon mal ziemlich cool. Ich sehe auch schon eine Schatzkiste auf der Karte. Schlüssel haben wir aktuell keine mehr. Ich hoffe wir kommen so weit, dass wir die Tür öffnen können. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt klappt, was ich hier mache. Die Sandwürmer greifen bestimmt gleich an, oder? Guck mal, da kommen sie schon. Boah, zum Glück ist der so dumm. Und hat sich auf die Ketten bekommen. So, jetzt meine Frage. Ist das klug, wenn ich jetzt hier in der Mitte stehen bleibe? An sich ja, ne? Aber ich hätte mir erst die Schatzkiste holen müssen. Ja, ich hätte mir erst die Schatzkiste holen müssen. Ist nicht klug, dass ich hier stehen bleibe. Frage, kann ich denn Rückwärtssaldo drüber machen? Als Wolf? Nicht wirklich. Okay, dann, äh, ja, noch eine Runde. Das war dumm. So, vielleicht kann ich ihn ja mal erlösen von seinem Schmerz. Dö, dö. Ich hätte mir erst die Schatzkiste holen sollen. Muss ich die Kette komplett hochziehen, damit das passt? Ich glaube schon, ne? Ich mache es lieber richtig. Bevor ich es zweimal mache. So, genau. So, Schatzkiste. Ich hoffe auf was Gutes. Ah, cool. Bomben. Ich hätte die doch stehen lassen können. Aber nice, wir haben es gleich geschafft nochmal. So, wir müssen nach da, ne? Da hinten ist der Rückweg. Das heißt, jo, hier lang. Hier gibt es auch nochmal zwei Schatzkisten. Vielleicht auch einen Geist. Ich glaube, hier gibt es auch nochmal einen Geist. Okay. Ja, da ist das noch speziell hier, der Typ. Morgenstern sind ja einfach so easy, ne? Damals war das halt so ein Gegner ohne Morgenstern. Musste man sich mal ein bisschen anstrengen. Ach, wieder nur 20 Pfeile. Ich ticke aus hier. Aber eine Geistersilie haben wir trotzdem nicht bekommen. Also einen Geist gibt es hier trotzdem nicht. Jetzt haben wir eine Geistersilie bekommen. Cool. Okay. Jo, dann. Weiter geht's. Boah, wann bekommen wir denn endlich den nächsten Geist? Ach, nee. Ah, das ist hier auch so ein ekliger Raum. Gibt es da eigentlich eine Lösung für, wie man das herausfindet? Oder ist das eigentlich einfach probieren und hoffen, dass es klappt? Weil du musst jetzt, glaube ich, zwei Fackeln anzünden. Boah, ich weiß auch nicht. Ist es die hier? Die ist es nicht. Man muss, glaube ich, zwei bestimmte Fackeln anzünden. Ja, und wenn du halt Pech hast, dann sind es halt die Falschen und dann passiert das. Ähm. Ist das eine von den richtigen? Okay, das ist eine von den richtigen. Und ich... Keine Ahnung. Ich nehme auch die. Die war es nicht. Mh, 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 mh. Okay, also die Mitte, die hatten wir jetzt, die hatten wir jetzt, machen wir mal ganz rechts außen Okay, ganz rechts außen ist auch falsch Ich bin so traurig Ja, keine Ahnung, gibt's, gibt's da, wisst ihr da was, äh, gibt's da einen bestimmten Weg, wie man das rausfindet Ich, äh, wüsste jetzt halt nicht Äh, das hatten wir, das hatten wir, ganz außen, okay, dann ist es das und das, oder? Ja Das öffnet die Türe In den nächsten Raum Du, 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 du Schön Gut, hoffen wir mal Wann kriegt man denn endlich den nächsten, ja, hier gibt's den nächsten Geist Ist auch der letzte, glaub ich, ne? Da müsste sich Ja, da ist er doch Ey, du, ich seh dich Hallo Ah, natürlich, der muss noch was special sein, ne? Der muss noch mal special sein Ich weiß gar nicht mehr, was, was machen die jetzt hier? Die drehen sich fröhlich im Kreis und dann greifen sie an, oder wie? Okay So, und dann war's das mit dem Und wir bekommen tatsächlich ne Geisterseele schon wieder Aber gut, das war Nummer 53 Ich bin guter Dinge, dass wir sie alle kriegen Ähm, denn in Kumula gibt's dann ja noch welche Und in Schloss Hyrule gibt's auch noch welche Und dann haben wir das ja an sich So Ansonsten war ja nix weiter, ne? Ne Ja, bin ganz zufrieden mit mir Okay, hier kommen wir jetzt wieder raus Und das bedeutet auch, wir sollen zurückgehen Uh, das war vielleicht jetzt nicht so schlau Aber ich krieg's trotzdem hin, oder? Ja Oh, Gott sei Dank Gut, Hauptraum, Leute Und dann geht's Ja Durch die große Tür Erstmal ein Schluck Kaffee, würd ich sagen Haben wir uns verdient Äh, warum hab ich eigentlich hier Temple of Time noch nicht abgeschlossen? Da sind wir doch komplett durch Zeit-Tempel ist komplett fertig Ich denk mal Das hier Ah, das wird noch nicht ganz beenden können Weil uns halt noch ein kleiner Schlüssel fehlt Bin mir auch relativ sicher Dass wir den jetzt nicht so schnell bekommen Einen kleinen Schlüssel So, okay Wir haben halt schon den Kreisel Normalerweise wird man den jetzt erst bekommen Aber wir könnten theoretisch jetzt hier schon Durchstarten Hier können wir noch nichts machen Also hier könnte ich schon rein Ich mach's aber erst mal so Was machen das jetzt hier im Raum? Ah, hier ist der große Raum Aber kann auch sein, dass ich hier jetzt Den letzten kleinen Schlüssel eigentlich brauch Das kann sein Mal gucken Ich mach mich erstmal wieder zum Menschen Und dann schauen wir mal, was hier passiert So, ich dreh einfach mal nach Ist das unten oder oben? Ist das oben? Ich dreh mal nach oben Genau, da ist auf jeden Fall eine Schatzkiste Ah ja Da muss ich hier rumlatschen Die holen wir uns erstmal So, rein da Oder her damit Herzteil Herzteil finde ich gut Nummer 34 Das passt auch soweit So Jetzt hat die Frage Komm mal erst mal her, Kumpel Geht's jetzt hier noch weiter hoch? Also ja schon, ne Aber ist da noch was? Was sich lohnt? Hier Kann ich auch wieder durch Ist aber nix Also ich könnte hier auch einfach mit dem Fanghaken Scheinbar hoch Ich gucke mal kurz auf die Karte Ob hier noch irgendwas ist Ich glaube in dem Raum Ist tatsächlich nix mehr Ich glaube ich Es lohnt sich halt aber auch nicht Nach unten zu gehen, oder? War das nicht so Dass ganz unten Kleiner Schüssel gebraucht wurde? Wir probieren es mal aus Okay Ja Shit Alles klar Also dann müssen wir sowieso An der Stelle weiter Dann wieder ganz nach oben Ähm Naja Schatzkisten gibt es hier glaube ich Sowieso nicht mehr Also zurück in den Hauptraum Und da müssen wir mit dem Kreisel Dann mal loslegen Schade Ich meine den Boss Können wir ja trotzdem machen Und dann können wir in den Schattentempel So ist es ja nicht So auf damit Und ich glaube den Boss Key Den Boss Key haben wir ja Ja Den Boss Schlüssel haben wir So und da Den Boss Key Äh also der vermeintliche Boss Key Ich weiß gar nicht Kommt man da hin? Oder muss man das Ich glaube das muss man über den Umweg von rechts machen Oder? Eigentlich Na gut Dann wollen wir mal Ist auch so cool hier Ist halt echt schade Dass der Kreisel Nicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit Bekommen hat Ich finde das ist Ein super geiles Item So Dann drehen wir das Ding hier hoch Und dann geht es glaube ich auch schon zum Boss Wenn ich mich recht entsinne Alles so cool So Und jetzt hier hoch Hey ich finde das auch geil Genau Und da ist der Boss Let's go Schön Freue mich drauf Ähm Ja und danach Können wir Theoretisch In die Schattenwelt Beziehungsweise Würde das vielleicht auch Mit Kumula jetzt triggern Beides können wir machen Und dann müssen wir dann auch Die letzten Schlüssel Für den Seeschrein Und für die Wüstenburg erhalten Damit wir da auch Alles leer räumen können Sollte so sein Schloss Hyrule Ist halt auch noch alles Ne da haben wir auch schon alles So Man muss hier so ganz komisch Bei dem Typen abfliegen Und dem erstmal so ein bisschen Das Rückgrat brechen Kommt's glaube ich so ein bisschen Auf Glück an Weil Genau man hat da Oh shit Man hat da immer diese Soldaten Die halt so ein bisschen Abwehren Was war das denn Meine Güte Ah ich drücke die falsche Taste Ich merke es gerade selber Ich bin doof Ich greife hier auf A an Und nicht auf Der Taste wo ich ausrüste Shit Das war ja schlecht So Oh Gott Richtig schlecht So jetzt aber Ich bin dran vorbei So Und einmal noch Und dann geht's auch in die zweite Phase Oh Gott Oh Gott Nein 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 Gott ist es schlecht Was hier macht So jetzt Ah man aber Zack Cool Ja das war ja Nicht so der Vorführeffekt Aber ich sag ja immer Das Der Anfang war meine Schuld Da hab ich die falsche Falsche Knopf gedrückt Und dann Sag ich mal Das ist so ein Boss Da Kommt so ein bisschen Mit auf Glück an Äh Wie du da gerade fliegst Und wie da gerade die Skelette hochkommen Meiner Meinung nach Zumindest Und die nächste Phase Ist dann wieder ein bisschen Ne Da hast du wieder ein bisschen Mehr können Was angesagt ist So Wir machen hier nochmal Schöne Plattform hoch Und dann geht's in die zweite Phase Sehr schön Dann haben wir das auch Endlich abgeschlossen Dann sollte jetzt ordentlich Was getriggert werden Also Cumula Schattenpalast Ich weiß gar nicht Cumula Triggert das So hart Weil I don't know Kann sein dass der Typ Auf jeden Fall dann da steht Und wir Ist mal runtergeschossen So Bam Jo Und dann geht's Hier lang Ja kann sein dass dieser Archäologe dann Endlich getriggert wird Man kann ja mit dem Reden oder so Möglicherweise kriegt man auch noch ein Item Von dem Ähm Ansonsten müssen wir Vielleicht auch das letzte Kumulanische Zeichen Noch finden Da fehlt glaube ich noch eins Bam Alter Das Schwert Hätte ich gerne Das sieht schon ziemlich Cool aus Genau Jetzt kommen auch diese Komischen Dache Spikes Dinger dazu Das macht's halt nicht Grad leichter Wo ist er denn So Jetzt sind sie kaputt Die Teile Bam Jawoll War's das schon Oder geht's jetzt noch In der dritten Oder dritte Runde Ich glaub schon Ne War's schon Okay easy Sehr schön Badum Okay wir kriegen ja noch ein Item Vom Boss Ah Geld Meno Ja hier gibt's ja kein weiteres Item Weil Schattenkristalle Haben wir ja alle Beziehungsweise Wurde uns ja abgenommen Von Sandow Gehen wir Link Der Schattenspiegel Ist in greifbarer Nähe Ja wir haben auch schon Alle Teile Da kann's direkt losgehen So 100 Rubine Am Start Und äh Ja Ich denke im nächsten Part Entweder Schattenpalast Oder Wolken Speichern Speichern Erstmal speichern 17 Stunden Spielen wir schon Beziehungsweise 18 Hm 18 Weil ich jetzt gerade sehr lange Offscreen rumstand Okay Und jetzt sollte es Theoretisch Warte mal Jetzt gibt's erstmal einen Kampf Oder Gegen die Schattenbiester Dann haben wir nämlich auch einen Teleporter Hierher Oder haben wir den jetzt direkt Ne Let's go Hm Aber wir können direkt In die Schattenwelt Das ist sehr schön Wir haben auch das Heilige Supermaster Schwert schon Durch den Solaroseffekt Verstärkt Oder Solareffekt Wie auch immer das Ding heißt Äh So Wie viele Gegner Haben wir denn eigentlich So geil One Hit quasi So Okay Da haben wir auch noch einen Ledermäuse Und das müsste es gewesen sein Perfekt So geil Mit den Schatten Gegen die Schattenbiester Dass das schwer zu stark ist Das macht alles so einfach So Leute Damit können wir uns hier Teleportieren Und wir können in die Schattenwelt Ähm Ich würde sagen Im nächsten Part Der Part ist zu Ende Äh Schauen wir mal kurz Nach Kakariko Und gucken ob der Typ Da ist Und ob der irgendwas Getriggert hat Beziehungsweise Wir können das halt auch Erstmal hier abschließen Schattenpalast Können wir auch machen Komm wir machen einfach Im nächsten Part Schattenpalast So machen wir das Alles klar Vielen Dank fürs Zusehen Gerne liken, kommentieren Und beim nächsten Mal wieder Einschalten zum Twilight Princess Randomizer Tschüssi Leute